Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Oh Herr lernt Leitz. Ist ein, zwei, drei Wochen her. War im Dezember ja ein bisschen was anderes auch los, Video thematisch. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis wir hier weitermachen. Wir sind auf Tier 7 angekommen, nachdem wir ja glaube ich alle 6er Leitz durch haben, ich glaube. LTG. Russischer Leitz, den ich gerade aktuell in meiner Garage habe, aber irgendwie den LTDB auf Tier 8, auch schon mit Blaupausen, die ich mir über die Zeit erfahren habe, freigespielt habe. Sei es drum, wir schauen uns die Karre hier trotzdem an, den quasi Modo-Panzer. Mit einer recht unpräzisen Kanone im Leitvergleich, mit einem brauchbaren Alpha von 180 DPM ist auch okay. Durchschlagswerte sind so, naja. Er hat die schlechteste Sichtweite, aber dafür mit den besten Tarnwert. Ähm, ja, mal gucken. Ich will eigentlich jetzt, will ich hier hoch, alleine. Na komm. Ja, wir fahren mal hoch. Witzigerweise ist auch keiner mitgekommen. Ich drehe mal die Kanone nach hinten. Hallo, guck mal, Broschetto. Der macht mich aber zum Glück nicht auf. Ja, schlechteste Sichtweite. Das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, dementsprechend muss man schon deutlich mehr Risiko eingehen. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier... ...überhaupt was aufmache. Proxy. Eventuell hier unten. Hallo, hallo, hallo. Was sind die Hammys? Hä? Okay, den Broschetto kriege ich nicht auf. Der steht zu weit weg. Aber da steht auch nichts. Was ist denn hier los? Also, wie gesagt, ich bin... Da ist was. Ich bin ja kein guter Leitfahrer. Dementsprechend lerne ich hier auch. Ich bin, glaube ich, hier noch nie gewesen an der Position. Da ist ein Tiger. So, jetzt sind wir natürlich schon Proxy. Das ist klar. Ähm, aber hier scheint ansonsten auch nichts weiter zu sein. Außer der Tiger. Das ist echt spannend. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass uns hier niemand überrascht. Komme ich an den Tiger irgendwie ran? Nee. Der ist jetzt aber auch schon raus. Das ist echt spannend. Der SAP DK kommt jetzt auch noch hochgefahren. Wir haben noch gar nichts geleistet in dieser Runde. Das finde ich echt bemerkenswert. Wir gucken mal, ob wir... Gucken mal. So, wie gesagt, die Kanone ist... Nicht die präziseste. Ja, sieht man hier. BPM ist in Ordnung. Wow, okay. Also, hm. Scheiße. Können wir irgendwas spotten an die WP... Oh ja, guck mal. Hallo. Da jetzt zu schießen... Ey, wir kriegen... Spotting. Aber nicht irgendwie das... Hä? Wow, das war nur geteilter Spot. Interessante Runde. Es steht 4 zu 3. Wir liegen Hitpoints-technisch hinten. Dann fange ich jetzt echt an zu Sniper... Hier. Das ist der... Prochetto aus der... Das gibt's da gar nicht. Also, wie gesagt, die Kanone ist echt nicht präzise. Obwohl die Soft-Stats dann wieder in Ordnung sind für ein Light. Wollte ich fast auf HE umladen. Aber... Die Grundpräzision ist halt einfach schlecht. Nein. Turtle. Ich schieße zum Glück vorbei. Da steht aber noch mehr. Die kriegen Spotting auf die Turtle. Da brauche ich im Grunde... Auch mit APCR brauche ich ja gar nicht... Versuchen, was drauf zu machen. Jetzt ist sie wieder zu. Vielleicht schießt sie ja nochmal. Ja, da ist sie wieder. Das ist auch mein Spotting auf die Turtle. Komm, nimm die mal raus. Nimm die ihre Turtle raus. Dann kann ich auf die Vipera drauf. Yes. Irgendwo ist noch eine Super-Hellkette und ein IKV. Da ist der IKV. Der schießt uns nur die Kette weg. Er geht raus. Perfekt. Irgendwo ist immer noch eine Super-Hellkette. Wohin guckt die Vipera? Die fährt da sogar rein. Die geht raus. Okay. Dann laden wir mal HE für die Super-Hellkette. Da oben ist noch eine Artie. Irgendwo ist noch ein Type 8.5. Scheiße, der Prochetto ist wieder zurückgefahren. Ja, und der fährt uns jetzt mit Gold. Oh, verdammt. Ja, da habe ich gepennt. Ich hatte gedacht, der Prochetto ist irgendwie in der Mitte. Quatsch, nicht mehr in der Mitte. Aber ja, gut. Okay. Selber schuld. Schade. Aber ist auch ein bisschen Pech gewesen. Wir kriegen die Kette gezogen vom IKV. Deswegen war mein Rap-Kit nicht mehr da. Und deswegen kann er mich dann abfahren. Aber halt, ja. Ein Top-Tier Prochetto mit drei Gunmarks, der trotzdem APCR-only unterwegs ist. Ja, okay. Kleine Schwanzverlängerung, würde ich sagen. Wir sehen uns dann gleich wieder in der zweiten Runde. Noch kurz ein Blick auf die Auswertung. Es gibt eine dritte Klasse, ein Speer. Die Runde war am Ende okay. Wir machen nicht wirklich viel Schadenspunkte. Ja, mit Snipern gewinnt man mit der Kanone nichts. Der Spot ist ganz in Ordnung mit 2400. Aber es ist natürlich schon ärgerlich, dass der Prochetto uns da dann noch den Motor zieht. Ansonsten wären wir, glaube ich, nochmal in Deckung gekommen. Aber der Motorzieher war natürlich dann so sein RNG-Glück. Was soll's. Wir gucken in die zweite Runde. Mal sehen, wie's da läuft. Auch hier dürfen wir gegen Tier 8 ran. Diesmal aber keine 6er dabei. Und wir haben das Glück, keine 8er Leits. Das ist ja so das Problem, was wir auch schon im 6er-Leit-Bereich hatten. Dass wenn du Low-Tier gegen 8er bist und 8er Leits sind mit dabei, dann hast du mit dem Kommandantensichtsystem natürlich ein Problem, weil das auf 8er Leits verbaut werden kann. Und auf 6er und 7er aber nicht. So, und hier ist jetzt die Frage, wo fahren wir denn hin? Fahren wir runter an die Brücke. Machen wir den Risikomove. Ich versuch's mal. Um da die Querfahrt zu spotten. Da gibt's halt keine so gute Exit-Strategie, als wenn man einfach mal einen Spotrun Richtung der J-Linie fährt. Aber von hier aus kann man eigentlich ganz gut. Naja, vor mir ist das schon. So. Jetzt haben wir aber hier schön's. Ja, sehr gut. Der Panther geht da oben nicht auf. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Da haben wir den AMX. Ah, ich glaube ich nicht da ist, der Panther. Aber das bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Der AMX sitzt hier. Der Light war nicht mein Spot. Das war kurz vor Proxy, aber wir haben den nicht aufgemacht. Den Panther kriegen wir nicht auf. Der steht... Ah, der steht genau hinter dem Schild. Wir könnten versuchen, das Schild mal wegzuschießen. Der AMX müsste jetzt wieder ein Spot von uns sein. Wow. Scheiße. Aber er macht uns zum Glück nicht auf. Aber so richtig Spot ist das nicht von uns. Das müsste dann vom E25 oder vom CS sein. Und jetzt haben wir quasi den Kill vergeben, weil wir wieder zurückgefahren sind. Okay, wir gucken, ob wir nochmal hier was aufkriegen. Nope. So, der ging voll durch ihre Panzerung. So, nerven wir da mal den Panther ein bisschen. Das Schild hier müssen wir auch mal wegschießen. Der TD wäre natürlich gut gewesen, wenn der ausgegangen wäre. Für solche Schüsse ist die Kanone einfach nicht gemacht. da ist auch das Risiko eigentlich zu groß, dass man dabei aufgeht. Zumal jetzt auch hier keine Büsche mehr am Weg sind. Wenn ich jetzt schieße, müsste der Panther mich eigentlich aufmachen. Es gibt halt leider keine Artillerie. Und die TDs hier hinten, die müssten eigentlich jetzt mal irgendwo anders hinfahren. Die stehen da, glaube ich, nicht gut. So, jetzt. Okay, wir haben ihn getroffen, aber der Schuss geht leider nicht durch. Und diese Progetto hier vor mir ist mir ehrlich gesagt das Risiko zu hoch, dass ich jetzt wieder weggeklippt werde. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Der war jetzt auch nicht mein Spot, weil der da hinter der Deckung stand. Da ist der Light. Jetzt haben wir, glaube ich, Proxy offen, oder? Ja. Und trotzdem kriegen wir... Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Wenn gut ist, haben wir hier ein bisschen freierer Hand. Irgendwo ist noch ein Haufen TDs, Borsig, Super Hellcats und so ein Spaß. Wir warten jetzt erstmal. Der Panther fährt zurück. Ob wir hier nicht... Da ist der Borsig. Jetzt schießen wir tödlich. Tödlich. Leider. Für die Suhr... Da kommen wir nicht ran. Steht die hinter oder vor dem Haus? Höh, Kamera. Unter dem Haus für uns. Und hier jetzt da oben die TD-Linie aufzumachen, ist halt natürlich schwierig. Weil hier so viel Büsche und Kram im Weg sind. Da ist der Panther wieder. Da ist eine Super Hellcat. Das ist unser Spot. So, hinter uns AMX, TD und Borsig. Wobei der AMX mittlerweile auch woanders... Hallo, hallo, hallo. So, könnt ihr jetzt bitte mal arbeiten? Ich hab wieder... Ja, sehr schön. Die Hellcat. Hallo. So, mit HE gegen eine Hellcat ist immer lustig. Und dann wursteln wir uns wieder hier hoch. Kommen wir an den... Was steht denn hier vor uns? Der Panther. Ich lad mal eine APC her. Super Hellcat mit Gold von da hinten. Ja, hier sind so viele Büsche. Superschwer, die jetzt aufzumachen. Da ist sie, aber nicht unser Spot. Okay, geht raus. Dann auf die BZ und den IS-3 noch. Dann der IS-3. Aber der steht in der Stadt drin. Hab ich keine Outline. Also vom Spot ist es nicht so viel wie in der ersten Runde. Da war die... Das war deutlich besser da. Haben wir echt... Das ärgert mich ein bisschen, dass der... Dass wir an den Prochetto da nicht gedacht haben. Aber... Von der Spielweise hat das hier deutlich mehr Spaß gemacht. Und wir gucken mal, was jetzt hier am Ende rausgekommen ist. Also ich bin mit beiden Runden zufrieden. Das ist ja kombiniertes Schaden. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Die Map hier gefällt mir auch für ein Light ein bisschen besser als die... Gletscher-Map. Aber... Ähm... Damit kann ich definitiv leben. Auch hier eine zweite Klasse. Okay. Danke. Ja, ja. Ist doch gut. Ähm... Ein Speer gibt es noch. Keine 1000 Damage. Naja. Da waren auch doch noch ein bisschen mehr Spot dabei. 2379. Also das ist okay. Die 5-fach XP-Booster, die jetzt hier laufen, ist ein bisschen blöd. Weil... Wie gesagt. Ich hab den LTDB... B... Äh... Ja genau. LTDB ist schon frei geforscht mit Blaupausen anscheinend. Weil... Ich bin mit dem jetzt hier 6 oder 7 Runden bisher nur gefahren. Aber... Ähm... Ist okay. Er ist einigermaßen mobil. Die 5-Grad-Gun-Depression, die sind ein bisschen nervig. Panzerungstechnisch darf er natürlich jetzt nicht so viel erwarten. Was halt wirklich ein Problem ist. Obwohl er einen sehr guten Tarnwert hat im Vergleich zu anderen Scouts. Hat er halt die schlechteste Sichtweite. Das heißt, das was du an Tarnwert oben drauf kriegst, musst du halt durch Risiko, ähm... Wegen der schlechten Sichtweite wieder wettmachen, indem du halt näher ranfährst. Und das ist halt ein Problem, weil das nicht unbedingt auf jeder mal möglich ist. Ähm... Ja. Von daher... Mal gucken, wie sich so die anderen 7er-Lights, ähm... Zeigen. Ist jetzt natürlich nicht repräsentativ. Weil wir fahren ja auch immer nur zwei Runden. Aber... Das war hier auf jeden Fall in Ordnung. Fazit ist, Snipern funktioniert mit dem Fahrzeug nicht. Was sagt ihr zum LTG, zum Quasimodo-Panzer? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Game One Fan, Kulle, Gorwin, Katano, Karbein und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Und we'll be back. 渡 No How's Pour Maybe Now Erin Untertitelung des ZDF, 2020